Es schneit, es schneit. Und hier ist wieder eine Plane auf dem Boden gelegt worden, um Wasser zu simulieren. Hier draußen ist glatteis und das erinnert mich irgendwie unwillkürlich an das Finale von Serious Sam HD, Second Encounter, oder allgemein Second Encounter. Fragt mich nicht warum, aber ich hab grad tierisch Bock irgendwie auf diese riesigen Eisfläche rumzulaufen und zu ballern. Aber dazu wird's nicht kommen. Gucken, ob's jetzt hier richtig mal. Das Spiel hatte gerade eine ungefähr 5-sekündige Cutscene, deren Sinn sich mir nicht komplett entschlossen hat. Blinde gesagt. Der Rauke Warrior stand hier mit seinem MG an die Mauer gelehnt, also so, dass man's gar nicht machen kann, und hat da zu dieser Leiter geguckt. Das war's. Ich weiß nicht, ob sie einfach nur gedacht haben, den Entwickler, wollen wir eben schauen, wie raucig ich bin. Ah, okay, nicht wirklich, aber... Wow, okay. Ähm, ich weiß nicht, ob die Entwickler gedacht haben, wir brauchen vor jeder Mission eine Cutscene, und dann aber überhaupt kein Inhalt mehr hatten, nur keine Action, kein Budget, dann einfach einen Shot gemacht haben, wie der hier steht und da hinguckt, obwohl man dann hier spawnt, in der Mitte des Weges, und auch mit einer anderen Pistole. Oder, ob sie wirklich glauben, dass die Spieler so verblödet sind, dass sie jetzt erstmal gegen die Wand drin sind, äh, kann man nicht weiter ab ins Wasser, kann man nicht weiter, äh, äh, und einen Hinweis brauchen, dass da eine Leiter ist. Also, ich finde, die ist nicht wirklich versteckt, die Leiter, wenn man hier so spawnt, aber, mh, soll ja so Spezialisten geben, nicht wahr? Nun, dann gehen wir doch mal diese grandiose Leiter hier hoch. Mit dieser wunderbar abgehackten, äh, 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 loopenden Animation. Wie viel Turbinen hat das denn? Vorhin hab ich gehört, dass die, ja, reden, die Guards, also nicht nur an gescripteten Stellen, sondern anscheinend ganz allgemein so ein paar Standard-Lines erstellt wurden. Hä? Hä? Ach, der hatte auch einen Sniper gewährt, ok. Darum wollte ich lauschen, aber Selbstgespräche sind anscheinend relativ selten, bis auf den Typen ganz am Anfang, der mit seinem... ...Fuck, mit seiner AK-47 telefoniert. Wo ist, wo ist der hin? Boom. Mehr Sniper. Heiliges Kandeln, Mauer. Seals töten, nicht Waffen. Los, weiter, töte. Ich lebe diesen, ich liebe diesen Gag aus. American Dead Zone, ne? Hm, hm. Bin gerade überrascht, dass ich nicht gestorben bin, weil... ...die ballern alle auf mich und eigentlich ist das Spiel doch relativ... ...ja, ich würde nicht sagen schwer im Sinne von Anspruchsfall, aber ihr wisst, was ich meine. Ich sterbe alle paar Sekunden, weil die einfach viel Damage machen und mega exakt sind, weil es nicht wirklich schwer zu programmieren zu sein scheint. Junge, wo... ...wo ist der? Und hat der gerade, was laberst du, gerufen? Könnt das Video gerne ein Stück zurückstellen. Was laberst du, verstanden? Oh, okay. Oh, okay. Man kann, okay. Man kann nicht vom Treppen schießen, wie gedacht. Aber man kann von der Treppe fallen und sterben. Äh, ja. Hier war, ist ein Checkpoint, aus einem letztlichen Grund. Boah, die kannte ich auch noch nicht. Die ist übel. Autsch. Gottverdamme, bin ich schlecht. Gerne mal. Ach, ich werde euch am Spieß beraten. Was im Teufel? Die hätte meiner Meinung nach noch nicht getroffen. Ich verrutscht bin. Fuck it. Bleib stehen! Alles bewegt sich. Ah, okay. Da haben sie sich keine... ...Differenzierung gegönnt. Was man da durchschießen kann. Oder meine Kugeln sind einfach so riesig. Wie meine Eier. Weil ich ja raugt bin. Ähm, ähm. Entschuldigen Sie. Danke. So. Naja, das wäre halt cool, wenn man das nochmal spielt. Oder wenn wir nicht jetzt gestorben wären. Normal gestorben, nochmal spiel. Die muss man dann andere Deckung nehmen. Oder eine ganz andere Taktik nehmen. Ich meine, der Standard-Deckungs-Shooter... ...geg... ...nomm, nomm, nomm. Macht immer das gleiche, indem man einfach... ...ein paar Sekunden seinen Kopf hochsteckt. Was gegen jegliche Intelligenz ist. Blindfeuern ist sinnvoll. Das heißt natürlich, man hat eine Schroffhinte. Machst du über die ganze Map, aber egal. ...und... ...und... ...ähm... ...ja. Organisiertes Vorgehen. Wie in 4-3. Nicht einfach mal. Ist sinnvoll. Nur alle paar Sekunden das Hoch... ...den Kopf hochstecken. Das ist einfach nur dumm und... ...das ist einfach nur eine Herausforderung für ein Spieler sein. Das ist einfach nur eine Herausforderung für ein Spieler. Das ist einfach nur eine Herausforderung für ein Spieler. Wow, seit wann stürmen die? Das war zum Beispiel schlau. Das hat mich überrascht. So was erwartet man als Spieler nicht. Yay, Gesundheit und Sicherheit. Achievement. Hey, Matschgesicht. Das Physik, so. Du. Lustig, wenn, äh, der Rockavoria den Gegner in einem Spiel, das nicht gute Texturen hat, wirklich, Matschgesicht nennt. Kann ich die? Lasst euch nicht stören, ihr Idioten. Wo ist denn der andere? Boah, das hätte man doch wirklich mal... ...an die Umgebung angepasst machen. Ich meine, der hat doch einen Werksrechnen gehabt, oder eh? Okay. Der Rechtsleben, dem schießt noch... Schießt... Schießt schon auf mich und bewerbt mich. Hält so ein Kumpel aber nicht davon ab, mich vollkommen zufrieden. Halt so ein Kumpel. Wenn ich springen könnte, ne? Mein Gott. Boah, es kam noch so ein richtig rauker... ...Parten der Dunkelheit. Das wollte ich uns noch mal reinbringen. Haben sie gemerkt, hm, wir haben jetzt dieses coole Feature da. So, wir nutzen es kaum. Hauptsache die Gegner sind immer noch rot, bis sie lange gut bin. Ist doch alles erleuchtet, oder ehe ich mich da? Das ist doch alles erleuchtet! Wofür hat der Strom kosten dann, anyway? Da ist doch alles merkwürdigung! Mache die Gegner sind immer noch die Geile. Er ist in der Zeit, also noch was auch beim Abfluss. Phew. Du musst dich mal drücken. Und ich zeige dich in die Gegner? Hey, ich will immer mal eine Zeitlupe aktivieren, aber ich hab keine! Ich geh zurück zu 4-3! Nein! Ah, 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 ah! Oh du... Stopp it! Ist der unten oder oben? Und dann! Verdammt! Echige Pfeile da, deutet das an. Ja, drei gibt's, okay. Ah! Oh! Du stirbst jetzt endlich mal! Ich hab keinen Bock auf deine Chance. Danke. Aber manchmal ist jetzt zwei Explosionen, oder? Ja. Das Gameplay. Die Ziele sind so abwechslungsreich. Das ist Wahnsinn. Das neue Gegner-Tug hat man sich gegönnt jetzt gegen Ende. Diesen hier. Keine Ahnung warum es später im Spielverlauf nicht noch mehr Spezialeinheiten gibt, sondern dafür mehr von den Räubern, die aus irgendeinem Vanditen-Spiel zusammengeschustert haben. Aber gut. Ja, dieses Hinrennen, E-Drucken und Zurückrennen erinnert mich an die erste Mission von Call of Juarez. The Cartel. Und die erste Mission von Call of Juarez. The Cartel mit dem Graffiti ist einfach unglaublich mega scheiße. Schlecht gemacht. Ich hab wirklich Lust auf das Spiel. Das dann später übrigens überraschenderweise meiner Meinung nach, was die Story angeht, sehr gut wird. Und was den Groove-Aspekt angeht, auch interessant wird. Und zwar nicht gut, aber interessant und durchaus unterhaltsam mit anderen Menschen. Ihr müsst leider allein durch spielen. Du weißt darum, dass du total scheiße ist alleine, weil wenn deine Kumpels dich, äh, beschützen sollen. Und beide Gehirn amportiert sind. Dann stirbst du einfach. Ja. Tu mal, du alles aber machen musst, weil die KI nichts kann. Sind diese Kerle echt? Was? Warte. Was, äh, was ist denn die rumgeschöpfen? Sind diese Kerle echt? Ich meine nämlich... Spessnass-Soldaten. Okay. Weil ich dachte, Spessnass-Soldaten seien sehr gute, äh... Sehr gute... Gegner. Die was drauf haben. Die gepantert sind oder so. Irgendwas Besonderes. Dass es dafür ein Achievement gibt. Aber... Man kann sich durchaus fragen, ob die echt sind, weil... Können einfach mal gar nicht sehen aus wie Strumpfmaskenmörder oder... O-M-G. Let's spawnen. Ich werde überlegt. Ich werde überlegt. Mehr Strumpfmaskenmörder. Würde ich meine Videos editieren, würde ich von jetzt an den Song der Strumpfmaskenmörder von, äh, Oli Schulz laufen lassen. Aaaaaber... Das tue ich nicht. Tut mir ganz leid, dass mir diese Mühe nicht wert ist. Ihr könnt ja in den zweiten Tab von YouTube das laufen lassen. Von jetzt an. Ich bin nicht. Ich bin ruhig. Nein. Quatsch. Ich bin nicht ruhig. Ich halte mich jetzt schon ein Ende bis hier... Boah! Oh mein G! Das, äh, Effekt. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Wer von euch Knalltüten will als erster sterben. Wer von euch Knalltüten will als erster sterben. Ah! Ah! Immerhin ein fairer Spawnpunkt. Ah! Immerhin ein fairer Spawn... Okay, lassen wir das. Der Geil ist doch noch ein zweites Mal schon nicht lustig. Hm, 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 hm. Ist da hinten anders? ... Hier ist ein blieb. Moment, ich hab hier noch meinen Schnapper gespielt. Snipe ich den jetzt voller Augenweg. BOOM! Sehr schön auch, was ich gelesen hab! Ich will ja alle Erchefments haben. Ähm, heiliges Kanonenrohr. Das Spiel stackt die Sch... äh... Ich mache das Spiel in dem mit dem Schwierigkeitsgarde Erchefments nicht verheißen. Was heißt denn, es gibt eins für auf leicht, eins auf mittel, eins auf schwer. Und wenn man auf schwer durchspielt, kriegt man nicht die für mittel und einfach. Das heißt, man müsste es dann, um alle Chips zu haben, dreimal durchspielen. Nicht, dass das auf, äh, einfach irgendeine Herausforderung wäre. Ich habe auf Deutsch und auf einfach, nur um diese geilen, coolen Sprüche zu hören und so, die ersten drei Devils nämlich nochmal durchgespielt, ja. Das hat mich ungefähr 15 Minuten gedauert. Das ist so geil. Ähm. Ja, also so kann man die Spielzeit natürlich strecken. Und das ist einfach nur mega lächerlich. Und alle vernünftigen Spiele stacken, selbstverständlich, da ist man natürlich alle drei so machen, wenn man so Schwierigkeit gar spielt. Weil, ist ja logisch. Wenn man es auf schwer schafft, dann schafft man es ja nur mittel und auf einfach. Und man nicht an einer guten Unterforderung sterben wird. Wer von euch ist alltypen will als erster sterben. Heiliges Kanon! Nooo! Das war einfach gar kein Schaden. Guckt euch, dieses, das sind, das ist gerne eine Animation, das sind Stripes. Das sind auftauchende zwei D-Stripes. Hotline Miami hat endliche Feuer und Explosion zu Hause. Ich brauche es für Ihnen. Ich brauche es für Ihnen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Machen wir es wieder ernsthaft. Wer von euch knallt hüten will als bist du da? Diese Physik, yo! Ich schieße nur noch in den Beckenbereich. Ist das geil. Oh Mann, das ist gerade so, ob die da noch trainiert worden wären, noch ein Rad zu schlagen, bevor die sterben, oder eine Rückfahrtseite zu machen. Oh Gott. Verdammt, ich werde zu alt für diese Scheiße. Aus einem Zirkusspiel, einem Zombiespiel, einem Manhand-Nachmacher und einem Superkiller. Also Superkiller ist ja der Manhand-Nachmacher. Hat man dieses Spiel zusammengeklaut. Junge! Junge! Aua, Gottverdammt! Also, jetzt, jetzt reicht's mir echt mal hier mit euch. Spucklos! Wer von euch knallt hüten will als erster Schlerben? Dass ich hier mal wetschen würde, hab ich gar nicht gedacht in dem Spiel. Aber ich spiel auch einfach zu scheiße. Wer von euch knallt hüten will als erster Schlerben? Boom! Diese Effekte. Ich würde ja sagen, ich würde ja sagen, wenn ich solche Effekte hätte als Spiel, ich würde sie nicht öfter zur Schau stellen lassen, als eben nötig. Warum hat er zum Beispiel jetzt geguckt einmal, nur mit dem Kopf, ohne die Waffen hochzunehmen? Übrigens extreme, kranke Fraps-Einbrüche gerade. Zwei Fraps, acht Fraps, zehn Fraps. Es lag wie Sau. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel jetzt macht oder warum. Ich habe im Hintergrund nichts offen. Außer Skype und Steam, was ja notwendig ist hierfür. Also, Skype nicht, aber es macht ja nichts. Was zum Teufel? Alter, was... Was macht das Spiel? Was macht es? Was ist das? Was? Wie soll ich so spielen? Wie soll ich so spielen? Spiel! Stop it! Ha! Warum, Moria, was tust du? Ja, wow, ich muss diese Episode dann hier wohl abbrechen. Keine Ahnung, was das soll. Ha! Ha!